In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall das letzte Community-Update von Vivi an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an und damit auch den ersten Test-Drop für das neue Drop-System für Comics. Und wir schauen uns auf jeden Fall einen Disney-Partent an, was ziemlich interessant ist. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Steincaptain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einigen spannenden Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit dem letzten Community-Update bzw. einem Community-Update leider nur. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass wir kein Video-Update bekommen haben von Vivi. Aber meiner Meinung nach ist das Ganze nicht so schlimm, weil wenn sie nicht wirklich was zu sagen haben, finde ich, brauchen wir an dieser Stelle eigentlich auch kein Video. Wir schauen uns aber trotzdem mal an, was jetzt hier an dieser Stelle an Updates von Vivi kommt. Erstes Thema ist natürlich auch Payout. Dort gibt es zum momentan Zeitpunkt weiterhin keine Updates. Sie sind aber auf jeden Fall weiterhin dabei. Ansonsten gibt es das Thema Waitlist. Dort wird es den ersten Comic-Drop bald schon geben. Und das wird nämlich einmal hier Captain America Hashtag 180 sein. Das ganze Comic wird am Montag, dem 3. Juli um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Das Ganze, wie gesagt, als allererstes hier im Whitelist-Blindbox-Format. Das sind, wie gesagt, hier einmal die Cover. Und dementsprechend ist das natürlich auch kein so gutes Comic, denn sie wollen natürlich testen, funktioniert das ganze System oder nicht. Dementsprechend, ja, das Comic ist jetzt nicht gerade super viel wert. Eine 9.8 Grad mit 1205. Und wenn man sich die weiteren Bewertungen anschaut, dann sprechen wir wirklich von sehr, sehr niedrigen Preisen. Und dementsprechend auf jeden Fall für mich persönlich etwas, was man definitiv mal zum Testen mitnehmen kann. Es ist jetzt aber tatsächlich kein super relevantes Comic, was wir hier sehen werden. Dementsprechend für mich, ja, vielleicht zum Testen ist es ganz cool. Ansonsten aber uninteressant. Ansonsten wird auch hier nächste Woche schon das Hulk-Comic dann droppen. Wenn das mit dem Blindbox-Format und dem Waitlist-Format alles auch ohne Probleme funktioniert, dann, wie gesagt, werden wir hier Incredible Hulk Hashtag 1 bekommen. Und dann kommen wir noch zum Thema Lokalisation. Dort ist es auf jeden Fall so, dass natürlich jetzt drei neue Sprachen dazu zugefügt wurden und auch weitere Sprachen definitiv in Zukunft kommen werden. Ansonsten, was wir so in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch sehen können, sind auf jeden Fall unter anderem weitere Dinge, was das Thema Craften angeht. Dort wird es auf jeden Fall auch weitere Entwicklungen geben. Ansonsten wird natürlich weiterhin an NCP gearbeitet. Außerdem gibt es momentan wirklich einige Giveaways, unter anderem auf dem Discord. Wenn ihr dort Tier 2 seid, dann könnt ihr nämlich an wöchentlichen Giveaways mit teilnehmen. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die gerne unter anderem im Discord in der deutschen Gruppe. Ansonsten steht hier aber tatsächlich noch das Wort Fidget Hills, was an dieser Stelle sehr interessant ist. Denn das ist anscheinend etwas, was wirklich jetzt auch in naher Zukunft kommen wird. Und auf jeden Fall in diesem Jahr. Und ich bin schon sehr gespannt, in was für eine Richtung das gehen wird. Ich persönlich würde mir auf jeden Fall Disney Vidget Hills wünschen, weil es damit einfach die größte Aufmerksamkeit außerhalb des Kryptospaces auch in der physischen Welt auslösen würde. Dementsprechend, ich bleibe auf jeden Fall gespannt und werde dich natürlich auf dem Laufenden halten. Ansonsten gibt es noch ein weiteres Event, was wir sehen werden, wo sie jetzt auch offiziell mit Marvel wieder in einer Booth sind. Und das ist nämlich die San Diego Comic Con vom 20. bis 23. Juli. Etwas spontan angekündigt meiner Meinung nach, aber definitiv auf jeden Fall etwas, was sich sehen lässt. Ich bin sehr gespannt, wie viele neue Leute wir damit dazu bekommen und was Marvel ja auch mit Vivi zusammen veranstaltet wird, um hier neue User mit anzuborden. Aber das wird auf jeden Fall stattfinden, mit auf jeden Fall auch einigen Giveaways dazu und sehr viel mehr. Das heißt für diejenigen, die auf jeden Fall vielleicht nach San Diego gehen, etwas recht Interessantes. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall etwas, ja, was leider etwas spontan gekommen ist. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem Update jedenfalls. Wir schauen uns jetzt aber noch ein paar weitere Themen an. Als nächstes haben wir dann den nächsten USPS-Job und das nämlich am Dienstag um 17.00 Uhr. Und wir werden hier neue Präsidentenbriefmarken sehen. Und zwar nämlich insgesamt sieben Stück. Das Ganze wird hier, wie gesagt, die Series 2 sein im Whiteless-Job-Format. Und das ist auf jeden Fall hier Nummer 1, die wir auf jeden Fall bekommen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die insgesamt ankommen werden. Die letzte Series ist ja nicht allzu gut angekommen für den MCP. Definitiv spannend, weil es sehr, sehr günstige MCP-Punkte sind. Wird das langfristig einen Wert haben? Das ist tatsächlich wirklich reine Spekulation für mich persönlich. Kein Job, den ich mitnehmen werde. Aber du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in den Kommentar schreiben, ob du den gesamten Job mitnimmst oder nicht. Lass es mich wissen. Im Anschluss kommen wir zu einem sehr interessanten Patent. Und das geht tatsächlich auch in die Richtung, was wir bei Vibi ja wahrscheinlich auch in Zukunft bekommen werden. Und hier geht es nämlich um das Signen von NFTs, von Prominenten. Das heißt, dass ihr sozusagen euer NFT einem Künstler geben könnt oder auch einer prominenten Person. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal als Beispiel Leonardo DiCaprio, der zum Beispiel in einem Disney-Film mitspielt. Und dem könnt ihr dann zum Beispiel euer NFT geben von Disney. Der kann das Ganze signieren. Und das Ganze wird auf der Blockchain festgeschrieben. Ein sehr, sehr interessantes Patent. Und das zeigt ja auch weiterhin das Interesse von Disney in das Thema NFTs. Und zeigt natürlich auch die Optionen auf, was Disney hier alles machen möchte. Insgesamt kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der Twitter hat, hier diesem Twitter-Account zu folgen. Blab averse. Dort wird auf jeden Fall immer, immer wieder sehr, sehr viele interessante Patente gepostet. Nicht nur über Disney, sondern auch bei Paypal und sehr viel mehr. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil vieles wirklich in die Richtung zeigt, dass hier NFTs wirklich eine große, große Rolle spielen in Zukunft. Nicht nur bei Disney, sondern zum Beispiel auch bei Firmen wie Paypal oder auch zum Beispiel bei Spieleherstellern wie Ubisoft. Und das ist natürlich nicht nur für die Zukunft von Vivi sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig, dass natürlich auch NFTs weitere Anwendungen finden, sondern natürlich auch für die Mass-Adaption sehr, sehr wichtig. Denn wenn natürlich jedes Unternehmen plötzlich NFTs verwendet, dann wird das natürlich einfach auch schneller nicht mehr mit Scam assoziiert, sondern wirklich auch mit Professionalität beziehungsweise auch mit einem wirklichen Nutzen dahinter, was natürlich im Endeffekt auch wiederum hier einen positiven Effekt langfristig auf unsere Vivi-NFTs hat. Ansonsten kommen wir zum wöchentlichen Artwork, das wir sehen werden. Und das Ganze ist hier von David Nakayama. Und wir sehen ja an dieser Stelle ein weiteres X-Man-Artwork. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch wieder ein sehr gelogenes Artwork. Ist natürlich an dieser Stelle auch wieder deutlich teurer für die Leute, die sich interessieren. Das Ganze kannst du auf jeden Fall nur auf der Web-App kaufen und du musst ein Mindestgebot von 1.500 Dollar abgeben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib mir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Morgen und Mittag und Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.